Mein Name ist Kildan Heinz, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Sallor Deluxe hier im Nauwieser Viertel und bei uns geht es um regionale Spezialitäten aus der Großregion Sallor Lux. Das Besondere an unserem Laden ist, dass alle Produkte, die wir hier verkaufen, knapp 300 Stück, alle in der Großregion gefertigt werden von kleinen Manufakturen, kleinen Herstellern. Das meiste in Handarbeit, ohne Konservierungsstoffe, ohne viele Zusatzstoffe, Chemie braucht man nicht unbedingt. Und das Schöne ist, man kann wirklich alles vom Grundlegenden wie Mehl oder Nudeln bis hin zu hochwertigen Spirituosen bei uns bekommen. Unsere Produkte kommen aus dem Saarland, aus Lothringen, aus Luxemburg und aus Rheinland-Pfalz hauptsächlich. Ja, ganz besonders ist zum Beispiel ein Salz aus Lothringen. Es weiß kaum jemand, dass es in Lothringen eine Salzader gibt, die bis nach Lyon in Frankreich runtergeht. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Fleur de Selle, was man sonst nur vom Meer kennt, wird dort auch hergestellt und haben wir hier bei uns im Laden. Zusätzlich haben wir auch, behaupte ich mal, die größte regionale Gin-Auswahl hier in Saarbrücken mit verschiedensten Gin-Sorten aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und aus Luxemburg. Ja, unser Online-Shop hat alle Produkte, die wir hier im Laden haben, natürlich auch online verfügbar. Man kann sich die einzelnen Beschreibungen anschauen, wozu die Produkte am besten verwendet werden sollen und sich natürlich auch Geschenkpakete zusammenstellen. Aber auch für den eigenen Gebrauch zu Hause sind unsere Produkte natürlich ganz toll und man verwöhnt sich ja auch selbst mal gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017